hallo guten abend hallo herzlich willkommen bei prep eat love beim cook and talk am donnerstag abend 18 uhr wir sprechen ein bisschen über meal prep wie meal prep beim abnehmen helfen kann was es für fallen gibt beim abnehmen ganz besonders heute unser thema und dabei kochen wir ganz einfach was leckeres weil essen gehört zum leben und genießen gehört zum leben und der prep it love lifestyle ist mehr als eine ernährungsform wir sprechen nicht von diät weil diäten helfen uns nicht das ist wirklich eine lebenseinstellung wir essen wir genießen wir verzichten nicht wir achten auf unser essen wir essen gute sachen und achten auf unseren körper hören auf unseren körper und versuchen ganz einfach ein bisschen gesünder zu leben mein name ist tanja wagner ich freue mich total dass ihr heute hier seid und ich freue mich auch immer wenn ich von euch ein paar nachrichten bekomme damit ich weiß wer da ist ich gucke einmal ganz kurz hallo claudia die ist schon da das freut mich total und ich würde mal sagen wir legen los es gibt nämlich noch jemand der hallo sagen möchte das ist die kleine mrs wagner mein avatar wer meinem kanal schon länger folgt der gerade auf youtube der weiß dass mrs wagner und ich immer zusammen kochen wenn es darum geht irgendwas leckeres zu zaubern und sie gibt immer dann die richtig wichtigen und guten tipps und hinweise also wir machen das gemeinsam und was machen wir heute überhaupt wir sind heute am cook and talk donnerstag das heißt im rahmen meiner i love meal prep challenge habe ich drei verschiedene tage entwickelt am sonntag gibt es den meal prep sonntag da bereiten wir immer top 3 gerichte zum thema meal prep vor am dienstag gibt es quick cooking das bereiten wir zum teil schon am sonntag vor und am donnerstag gibt es noch mal die schnelle feuerabendküche und wir sprechen über ein paar sachen die rund ums thema abnehmen interessant sind also wir gehen jetzt einfach mal weiter vor die prep it love challenge die gibt es jetzt noch bis in die zweite mai woche rein wenn ihr noch lust hat mitzumachen ich lade euch herzlich ein ist es total unverbindlich es kostet nichts das ganze ist du für euch nur für dich und es geht einfach darum zu zeigen dass meal prep das leben deutlich erleichtern kann das abnehmen erleichtern kann das gesunde essen erleichtern kann damit man einfach wieder ein bisschen mehr zeit für sich selber hat zum beispiel zum fußnägel lackieren oder zum fingernägel lackieren oder was auch immer ihr haben möchtet euch in die ecke setzen ein buch lesen meal prep bedeutet deutliche entspannung und hilft definitiv beim abnehmen ich kann es beweisen an mir hat es wunderbar gewirkt aber auch an vielen anderen ich würde sagen wir gucken einfach mal so ein bisschen weiter und ich würde mich unheimlich freuen wenn ihr mitmacht da unten eingeblendet ist die webseite von der i love meal prep challenge wer noch nicht dabei ist guck doch einfach mal unverbindlich drauf da findest du immer die einkaufslisten für die jeweiligen tage da findest du aber auch die termine und wenn du dich anmeldest zu der i love meal prep challenge dann gibt es nachher auch ein ganz tolles booklet mit allen rezepten und so weiter ganz einfach bei dir ins e mail postfach geschickt ja mrs wagner fängt jetzt hier schon an thema abnehmen aber ich gucke jetzt einfach erst mal hallo ja babette oder thomas ich weiß es nicht annette hallo danni hallo das ist schön wunderbar ich freue mich total so claudia wunderbar das stimmt das freut mich ganz kurz dann geht es auch gleich schon ans leckere essen aber das habe ich euch für heute versprochen die top 3 fallen zum abnehmen was ist das meiner meinung nach nicht nur meiner meinung nach sondern was sind wirklich die top 3 fallen wenn man so die leute sich mal anhört ach beide das ist sehr schön hallo thomas hallo babette die top 3 fallen in die man immer wieder rein toppt in die man in die bin ich tausend mal reingetappt als ich noch diäten gemacht habe als ich noch nicht wusste was ich jetzt weiß gott sei dank so was ist das das erste ist ganz einfach nichts eingekauft also wenn du hunger hast kommst nach hause hast nicht eingekauft was machst du dann dann ist man natürlich immer sehr schnell dabei dann doch die tiefkühlpizza zu nehmen wobei dann hätte man ja eingekauft aber das falsche aber noch schneller greift man zum hörer und bestellt eine pizza oder man geht nebenan zum dönerladen ist ja auch gesund ist ja nur brot und salat und ein bisschen fleisch naja klar man kann sich das ganze auch immer schönreden das wichtigste ist also planen einkaufen das nächste was ist die nächste falle nichts gegessen das sage ich auch immer hallo dina das ist schön dass du da bist nicht essen bringt gar nichts wenn wir nichts essen wenn wir versuchen zu verzichten dann steht der körper eindeutig auf sparflamme und dann fährt er den gesamten stoffwechsel runter und dann hat man eigentlich genau das gegenteil von dem erreicht was man erreichen möchte nämlich man nimmt überhaupt gar nicht ab und das nächste ist ganz einfach wenn man verzichtet wenn man nichts gegessen hat irgendwann ist dann der insulinspiegel so niedrig dann kriegt man heißhunger oder man geht dann doch einkaufen und dann muss es ganz schnell gehen und man kauft irgendwas an der heißen theke schnell ein brötchen mit leberkäs sehr lecker klar aber die nährwerte um gottes willen darf ich gar nicht drüber nachdenken nicht dass man sich das nicht trotzdem mal gönnen kann aber ungeplant das ist ja immer so ein bisschen das thema das kennen wahrscheinlich auch die meisten naja und das fazit ist ganz einfach wenn ihr keinen mealplan gemacht habt wenn ihr gar nicht wisst oder wenn du gar nicht weißt was du essen sollst oder was du kochen sollst dann bist du auch wieder dabei zu überlegen oh gott was kann ich denn jetzt schnell es saubern und in der regel wird es nicht das was optimal ist für dich für deinen körper und für dein wohlgefühl aber das ganze wollen wir umgehen und von daher machen wir jetzt was ganz leckeres nämlich quetschkartoffeln quetschkartoffeln ich muss gestehen es gibt deutlich gerichte die sehen hübscher aus es gibt auch deutlich bessere gerichte die man irgendwie toll drapieren kann aber es gibt wenig gerichte die so lecker sind wie quetschkartoffeln quetschkartoffeln sind gekochte die man wunderbar vorbereiten kann und zwar kann man die vorher schon kochen wann auch immer kartoffeln gekocht halten sich ewigkeiten im kühlschrank also mit ewigkeiten meine ich vier fünf tage das ist gar kein problem und während ich rede muss ich mal ganz kurz in meinen dachofen gucken da habe ich schon die erste portion quetschkartoffeln für euch vorbereitet ja das sieht alles schon super aus wie geht das jetzt also und was brauchen wir dafür ich zeige euch mal die liste was wir alles liebe es gibt noch nichts im in wir im das im im wir im Könnt ihr mich jetzt hören? Ich denke mal, das müsste jetzt gehen. Warum auch immer der Ton weg war, jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Hört ihr mich? Könnt ihr mir mal ganz kurz bitte Bescheid sagen? Ja, super. Wunderbar. Das ist prima. Das heißt, bei Facebook und bei YouTube ist der Ton wieder da. Wunderbar. Wahrscheinlich irgendwelche Schwankungen im Internet. Keine Ahnung. Also, was wir brauchen, das sind diese Dillinge, Olivenöl, Pfeffer, Salz und ein paar Kräuter, wenn man mag. Das nächste ist eigentlich alles, was wir für Toppings machen. Das müsst ihr nicht alles machen. Das ist einfach wirklich so, wer mag, ist das eine. Wer nicht mag, ist das andere. Ich esse unheimlich gerne diese Kartoffeln mit Blattspinat und frischen, wachsweich gekochten Eiern. Wachsweich oder hart gekochte Eier, je nachdem. Aber das schmeckt sehr, sehr lecker mit Blattspinat. Man kann frischen nehmen oder man kann auch tiefgefrorenen nehmen, den man dann auftaucht. Das habe ich auch mal hier so vorbereitet schon. Also, da geht beides. Das ist kein Problem. Dann braucht man natürlich Knoblauch und jede Menge Eier. Die Variante mit Lachs ist das zum Beispiel für meinen Mann. Der isst auch nämlich gerne Lachs. Dann nehmen wir einfach statt der Eier Lachs dazu. Also, je nachdem, wie ihr das mögt und wie eure Zutaten bzw. eure Nährwerte auch aussehen. Dann haben wir eine nächste Variante. Da ist die Basis natürlich immer das Gleiche. Man kann diese Kartoffeln auch einfach nur mit Kräutern und Käse machen. Das zeige ich euch gleich. Oder im Elsässer-Style. Das ist so ein bisschen dieser Flammkuchen-Style. Auf den gehen wir nächste Woche auch nochmal ein. Und da kann man einfach Clemfresch nehmen, Lauch, Zwiebeln, Schinken und ein bisschen Käse. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Ich hole jetzt erstmal meine vorbereitete Variante aus dem Backofen. Damit ihr seht, wie die Kartoffeln nachher aussehen, wenn sie gequetscht werden. So, vorher legen wir das einfach einmal hier drüber. Also, was ihr braucht, sind die gekochten Kartoffeln, habe ich ja schon erwähnt. Ihr legt die einfach auf ein Backblech. Ich gebe immer gerne ein Backpapier dazu, da drunter. Und dann könnt ihr einen Kartoffelstampfer nehmen, aber ich nehme einfach ein Glas oder hier so eine kleine Flasche. Und dann kommt es darauf an, wie gut ihr die gekocht habt, dass ihr die einfach ein bisschen quetscht oder ein bisschen mehr. So, und dann habt ihr das ganze Blech nachher voll mit gequetschten Kartoffeln. Gequetscht deshalb, damit die Oberfläche größer wirkt, weil alles, was schön flach liegt, das kann man so richtig schön knusprig braten. Was wir dann dafür brauchen, ist ein bisschen Olivenöl. Ich mache da immer schon so ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Fleur de Selle rein. Fleur de Selle ist, hallo Heidi, danke dir. So, ein bisschen grobes Meersalz. Und das ist eigentlich schon alles, was ich im ersten Schritt mache. Einmal kurz verrühren und dann die Kartoffeln komplett damit einschmieren. Ich habe am Wochenende noch mit einer Freundin gesprochen und die war immer so ein bisschen irritiert, wenn sie gesehen hat, wie ich mit Olivenöl hantiert habe. Nochmal, Olivenöl ist nicht dein Feind. Also gute Fette wie Olivenöl zum Beispiel, sind nicht dein Feind. Man muss natürlich alles aufschreiben quasi oder kontrollieren, solange man noch nicht komplett im Bereich intuitives Essen ist. Aber Fette braucht der Körper, um Vitamine aufzunehmen. Das ganze Blech, so wie es jetzt ist, nur von der einen Seite eingeschmiert, erstmal kommt in den Backofen für ungefähr 15 Minuten bei 200 Grad Umluft, oberste Schicht. Und dann nach 15 Minuten einmal kurz wenden. So, während ich das hier reinlege und den Timer nochmal stelle, bringe ich euch mal das andere Blech und zeige euch schon mal, wie die Variante aussieht, die ich gerade aus dem Ofen genommen habe. Also die war jetzt insgesamt 30 Minuten im Backofen und ist einmal gewendet worden. Und nach den Wänden habe ich dann die andere Seite auch leicht mit Olivenöl eingeschmiert. So, was machen wir jetzt hier? Wir überlegen, was wir für Topics machen wollen. Für die Variante mit dem Elsässer Style, das wird dann nachher nochmal in den Ofen gegeben. Die Variante mit dem Käse und den Kräutern kommt auch nochmal in den Ofen. Die anderen Varianten, die werden einfach so gegessen. Das heißt, die können einfach noch ein bisschen mitbrutzeln nachher, damit sie noch knuspriger werden. Also wir steigern jetzt, oder wir starten jetzt nochmal mit der Variante mit den Kräutern. Geben einfach noch so ein ganz klein bisschen was hier drauf. Ich nehme immer gerne ein bisschen Oregano und Kräuter der Prouvence, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Und der Mark kann auch noch ein bisschen eingelegten Knoblauch da drauf geben, das ist auch unheimlich lecker. So, und dann gebe ich darauf einfach so ein bisschen geriebenen Käse. Und schon habe ich die Variante fertig. Ich zeige euch gleich, wie das dann aussieht. Bei der anderen Variante, das machen wir hier, da gebe ich einfach nur ein paar Kräuter drauf. Das ist dann die Variante, die meine Kinder persönlich am liebsten essen. Trotzdem vorher noch ein bisschen Pfeffer und Kräuter der Prouvence. Und dann gebe ich das so, wie es jetzt ist, auch nochmal kurz in den Backofen. Nochmal so für 10 Minuten. Als nächstes machen wir die Creme Fraiche für die Elsässer-Variante und den Spinat für die Variante mit Spinat und Eiern oder mit Spinat und dem Lachs. Also, wir starten mit der Lachs-Variante. Nehmen einfach eine Pfanne, geben da auch ein bisschen Öl rein. Dann können wir sogar den Rest hier von dem Olivenöl nehmen, was wir hatten. Lassen wir es kurz anwärmen. Und dann gebe ich ein bisschen Knoblauch rein. Das Ganze darf natürlich nicht zu heiß werden, wenn man das nicht verbrennt. Und dann kommen eigentlich auch schon die Zwiebeln dazu. Das Schöne ist bei diesen Varianten, man kann das eigentlich alles komplett vorbereiten. Also den Spinat, das ist jetzt mal Blattspinat. Ich muss gestehen, ich habe den schon lange nicht mehr tiefgekühlt gehabt. Ich habe das jetzt extra mal für euch besorgt. Den habe ich einfach, das sind so Pellets, einfach heute Morgen aus dem Kühlfach genommen und jetzt auftauen lassen nebenbei. Aber wenn man das hat, hat man natürlich überhaupt gar keine Arbeit eigentlich. Und kann das einfach jederzeit aus dem Tiefkühltur, oder die Tiefkühltur nehmen. Die Zwiebeln, du wisst ihr ja schon mittlerweile von mir, mache ich mir einmal in der Woche, dass ich so ein ganzes Glas voll klein schneide und habe das auch im Kühlschrank stehen. Ihr könnt das aber auch wunderbar in diese Glaskontainer geben, die ich so im Zimmer habe. Das zeige ich euch das nächste Mal, wenn wir auch nochmal einen Flammkuchen-Snack machen. Die sind ja oftmals dreigeteilt und dann kann man wunderbar auf der einen Seite schon ein bisschen von dem Schmank rangeben, auf der anderen Seite die Zwiebeln rangeben. So. Die müssen jetzt nur ganz kurz ein bisschen glasig gedünstet werden. Und dann gebe ich einfach mal den Spinat dazu. So, einfach ein bisschen die Flüssigkeit wegdünsten lassen. Und bei dem Tiefgekühlten, der ist ja schon einmal branchiert gewesen, da brauchen wir eigentlich nicht viel Sachen, außer den einmal zu erwärmen. Mit Pfeffersalz würzen. Da nehme ich gerne wieder mein, das Fiorisselle, dieses grobe Meersalz. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und das ist es da eigentlich schon. Bei den Zwiebeln könnt ihr natürlich gucken, wie viel ihr gerne mögt. Wir mögen das ganz gerne und wenn die so gedünstet sind, finde ich, dann sind sie auch immer durchaus gut verträglich. Und geben einfach noch eine richtig gute Würze. So. Ja, mehr muss man hier eigentlich nicht machen. Wenn du keinen tiefgekühlten Spinat nehmen möchtest, dann machst du das genauso, wie ich jetzt gerade gemacht habe und fügst dann nachher einfach hier die leicht einmal kurz abgewaschenen Blecherspinat wieder dazu. Und dann einmal kurz unterheben die Pfeilen sofort ein. Alternativ kannst du natürlich auch aus dem Spinat, hier aus diesem Bili-Spinat wunderbaren Salat dazu machen. Der passt auch ganz lecker. Back Eat Love habe ich deshalb auch entwickelt, weil ich gesagt habe, es ist keine Möglichkeit für mich, ich sehe keine Möglichkeit, dauerhaft eine Diät durchzuhalten. Weil ich will nicht immer Diät machen. Das habe ich, meine, ich weiß gar nicht, wann ich meine erste Diät gemacht habe, ich glaube mit 14. Also sprich, ich habe schon ein paar Jahrzehnte Diäterfahrung hinter mir. Und das ist immer letzten Endes das Gleiche gewesen. Man hält es durch, mal eine Woche, mal zwei Wochen, vielleicht nur drei Wochen oder vier Wochen. Aber irgendwann kommt wieder irgendwas und man endet mit einem Jojo-Effekt. Das heißt, man hat am Ende, vielleicht nicht direkt nach der Diät, aber spätestens nach einem Vierteljahr hat man mehr Pfunde wieder drauf, als man vorher hatte. Und deshalb habe ich gesagt, es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben und habe mich erkundigt, habe mich weitergebildet in dem Bereich Ernährungswissenschaften, in dem Bereich Mehrwerte und habe dann mein eigenes Lebenskonzept entwickelt. Mealplug ist meine Hilfe, mein Werkzeug dazu, das zu leben, das zu machen tatsächlich, dass ich gesund lebe, dass ich genießen kann, also auch, dass ich leckeres Essen habe und nicht jeden Tag das Gleiche, also nicht das Mietwerk, wie man es vielleicht manchmal sieht bei den Amerikanern, bei irgendwelchen Bodybuildern oder sowas, also jeden Tag das gleiche Essen. Ich glaube, da würde meine Familie nicht mitmachen und ich glaube ich auch nicht. Aber wenn man das Ganze ein bisschen vorbereitet, dann kann man das wunderbar einplanen und man kann vor allen Dingen auch eine sehr gute Kontrolle darüber behalten, was man an Nährwerten zu sich nimmt. Es geht ja nicht nur um die Kalorien, sondern es geht um eine gute Nährwerteverteilung und darauf kommt es halt an. Und das Ganze dann auch noch möglichst genussvoll, damit man auch viel Spaß daran hat. So, das lassen wir jetzt einfach mal so und dann stellen wir, jetzt stellen wir es mal wieder zur Seite, dann machen wir jetzt mal den Fresh für den Elsässer, für die Elsässer-Variante. So, wir brauchen Creme Fraiche in der Like-Variante, das geht. Du kannst auch saure Sahne nehmen, du kannst ja auch eine andere Variante nehmen. Das geht auch mit Frischkäse sehr gut übrigens. Kartoffeln, Claudia, sind vorgekocht und nur im Ofen, die Zwiebel gewürfelt, super. Aber, du hast auch noch Couscous, ja, das ist sehr, sehr schön. Couscous gehört zwar jetzt nicht heute zu den Quetschkartoffeln, aber ist sehr, sehr lecker. Wir haben es gestern aufgesessen. Also, wir brauchen Creme Fraiche, wir machen auf jeden Fall, ich immer, sehr viel schwarzen Pfeffer rein. Was ich hier immer gerne zu mag, ist frisch geriebene Muskatnuss, aber das ist Geschmackssache, da gibt es auch viele, die das nicht mögen. Fleur de Selle hier mit Kräutern in dem Fall. Und dann einfach kurz verrühren. Und das ist eigentlich schon das Rätselslösung oder das ganze Geheimnis. Wenn ihr diese Creme Fraiche hier angerührt habt, könnt ihr die auch so wunderbar, ich sag mal, drei, vier Tage locker im Kühlschrank aufbewahren. Das heißt, die Variante mit dem Eltsässer Steich kann man auch wunderbar vorbereiten, indem man das einfach in ein Glasgefäß gibt. An der einen Stelle die Zwiebeln und die Speckwürfelchen, auf der anderen Seite dann halt die Variante mit dem Quark. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich unsere Kartoffeln aus dem Ofen hole, damit wir das vorbereiten können weiter. Oh, das riecht schon so lecker. Ich kann wirklich immer nur hoffen, dass ihr das alles gleich gut macht. Und wir können froh sein, dass es noch kein Geruchs-Internet gibt, weil das riecht so lecker. Also gut, so sieht das schon mal aus. Hier schon mal mit Käse überbacken, das sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Hier ist die Variante mit Kräutern. Und jetzt, was wir hier machen, ist jetzt ein bisschen Schmanch drauf geben. Das ist schon fast zu viel. So, das ist der Eltsässer Steich. Wer mag, kann dann ein bisschen Schinkenspeck dazugeben. Dann ein paar Frühlingszwiebeln, die habe ich auch vorbereitet hier schon. Die kann man auch erst nachher dazugeben, das schmeckt auch gut. Und dann ein bisschen Käse oben drauf. Als erstes nehmen wir aber dann noch die Kartoffeln raus, die schon fertig sind, damit die nicht zu dunkel werden. Wow. Alles, was runterfließt, gehört dem Kopf. Oder wie war das? Ihr seht, der Käse ist richtig schön geschmolzen. Ja, also optisch gesehen durchaus noch im Rahmen der Verbesserungswürdigkeit. Aber wenn ihr das gleich mal probiert, ihr werdet begeistert sein. Die sind nämlich so richtig schön crunchy. Diese Kartoffeln, die nur mit Kräutern gemacht sind, die kann man auch ganz toll mit dem Kräuterquark essen. Das schmeckt auch wunderbar. So, die Eltsässer Variante geht nochmal in den Backofen. Die kommt ungefähr los für 5-6 Minuten. Also das Essen ist jetzt nicht die absolute Quick-Cooking-Küche, weil sie einfach ein bisschen Zeit braucht, bis sie so richtig schön knusprig sind. Allerdings ist das Zeit, in der ihr irgendwas machen könnt. Also da könnt ihr euren Feierabend ja schon genießen, weil die Arbeit macht ja der Backofen. So, was haben wir jetzt hier? Wir machen jetzt unsere Variante. Das hier sind die mit Kräutern und Käse. Das sind die nur mit Kräutern. Und das sind die ganz normalen, einfach nur gebackenen. Was wir aus denen machen können, zeige ich euch jetzt. Da können wir einfach auf eine Platte geben. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir essen die eigentlich sehr, sehr gerne, indem wir einfach so ein bisschen entweder Spinat an die Seite geben. Kartoffeln und Spinat sind eine wunderbare Kombination, wenn es um das Thema Nährwerte geht. So, einmal die Möglichkeit mit den wachsweichen Eiern. Das mit dem Wachsweich ist so relativ. Ich versuche das Ganze genau zeitlich zu passen, abzupassen. Aber irgendwie ist es nicht gelungen. Ich finde, zu den Eiern passt es unheimlich gut, wenn man ein bisschen Schwarzgrill dazu gibt. Und das ist so ein scharfes Pulbiber, heißt das. Das ist so ein türkisches Gewürz, das unheimlich scharf ist, aber geradezu zu Eiern sehr, sehr gut passt. Dann einfach ein bisschen schwarzen Fett darüber. Dann hat man schon eine Variante mit Spinat und Eiern. Die andere Variante mit Spinat haben wir hier. Da können wir dann einfach noch ein bisschen Lachs dazu geben. Und zu dem Lachs natürlich ein bisschen Dill. Das passt trotz des Spinats sehr, sehr gut dazu. Ich würde trotzdem immer noch eine Variante machen oder eine Sache machen. Ich würde immer noch ein bisschen Zitrone mit dazugeben. Einfach nur so ein Scheibchen, dass ich das hier selber noch mit da drauf machen kann. Die nächste Variante, auch mit Lachs, schmeckt auch sehr gut. Ihr nehmt das gleiche Clean Fresh, was ihr auch für die älteste Variante nehmt. Und wickelt einfach da so eine Lachsscheibe auf. Legt die hier so drauf. Auch da ein bisschen Dill obendrauf. Das sind alles Sachen, die man sehr gut vorbereiten kann. Das passt auch super, wenn man sonntags mal branchen möchte. Wir haben zwar jetzt, unsere Oster-Challenge ist schon vorbei, aber branchen macht ja jederzeit Spaß, denke ich, oder? So, jetzt haben wir schon letzten Endes sogar mehr als nur die drei Sachen. Ich zeige euch mal die anderen Sachen noch hier. Die Kartoffeln lassen sich auch wunderbar mitnehmen, mit ins Büro. Und einfach kalt genießen. Oder nochmal leicht warm machen, wenn das da vor Ort möglich ist. Also, schmeckt schon mal hervorragend. Jetzt gucke ich ganz kurz nach der Elsässer-Variante. Ja, ist auch schon fertig. Das schmeckt eigentlich besser, wenn der Käse nur so ganz leicht verlaufen ist. Und dann auch da einfach noch ein bisschen frischen Pfeffer drauf. Und dann war's das auch schon. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ja, Mrs. Wagner und ich sind uns einig, wir empfehlen eindeutig Mealprap dafür. Das Ganze lässt sich, wie gesagt, super vorbereiten. Entweder im Sinne von, ich bereite die ganzen Zutaten vor und mache alles so, dass ich es mir dann an dem Tag, wenn ich es kochen möchte, wirklich nur rausnehme. Oder aber ich bereite alles fertig vor und nehme es mit zur Arbeit. Beide Varianten sind möglich und beide sind super einfach umzusetzen. Von den Nährwerten her kann ich euch auch kurz sagen, und zwar habe ich jetzt einfach mal die Variante genommen mit den Eiern und dem Spinat. Das ist meine Lieblingsvariante, das ist diese hier. Und die hat bei 293 Kalorien, also da habt ihr alle Möglichkeiten der Welt. Ich habe einfach das gesamte Rezept, was ich genommen habe, die ganzen Kartoffeln. Also das war ja wirklich eine Riesenmenge Kartoffeln. Die habe ich durch sechs Portionen geteilt und dann kam das raus. Das heißt, hier sind natürlich die Proteinwerte zum Beispiel auch ganz gut. Gut, das kann man noch heute toppen, aber ich denke mal, da kann ja jeder seine Portionen so zusammen machen, zusammenstellen, wie er mag. Ja, wie sieht es aus? Ich freue mich natürlich immer über euer Feedback. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Rezepte gefallen haben, wenn euch das Essen geschmeckt hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Feedback gebt, ein Feedback da lasst, hinter dem Video, unter, sei es bei YouTube oder aber bei Facebook. Und darüber würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Ja, das war jetzt eigentlich auch schon unser schnelles Essen. Der nächste Termin steht schon wieder an. Heute Abend natürlich erst mal aufessen, damit morgen die Sonne wieder scheint. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in Wiesbaden hat es richtig geregnet, richtig gehagelt vorhin. Ansonsten, ja, Babette, Thomas, ich hoffe, ihr probiert das aus und sagt mir Bescheid. Der nächste Termin ist am Sonntag. Am Sonntag um 11 Uhr geht es zum Thema Meal Prep weiter. Und nachdem wir schon süße Snacks gemacht haben, habe ich gedacht, wir machen diesmal richtig herzhafte Snacks. Sachen, die man mitnehmen kann, Sachen, die man zwischendurch essen kann. Weil, seien wir ehrlich, nur drei Mahlzeiten, das passt meistens nicht. Meistens brauchen wir noch irgendwas für zwischendurch, sei es für sich selbst oder für die Kinder. Und von daher gucken wir uns drei richtig super leckere Top, die Top 3 Snacks an zum Meal Preppen. Ich hoffe wirklich, dass ihr dabei seid. Ich würde mich unheimlich freuen. Und wie gesagt, wer noch nicht dabei war bis jetzt bei der Meal Prep Challenge, der kann jederzeit einsteigen. Gar kein Problem. Für alle, die dabei sind, die den Newsletter abonniert haben, ihr bekommt gleich schon, ich glaube, so eine halbe Stunde die E-Mail mit dem Booklet schon. Das heißt, ihr könnt das jederzeit runterladen und dann direkt nachkochen. Aber, seien wir mal ehrlich, also viel Rezept war es diesmal nicht. Es war mehr so die Inspiration hoffentlich für euch, wie man das Ganze vorbereiten kann und was man super kombinieren kann. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Meine Familie steht schon hinter der Tür und hat Hunger und schaut mit den Rufen, dass sie ihr Essen bekommen. Und ich freue mich unheimlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns am Sonntag um 11 Uhr und ich wünsche euch einen schönen Abend und einen guten Appetit. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.